La 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 Ja, liebe Freunde des österreichischen Karnevals, die Karnevalsarme Zeit ist nun vorbei. Und zu einem Abend wie diesem gehört ein schöner Mann, hier bin ich, und natürlich, Quassel. Nein, liebe Freunde, wisst ihr eigentlich, wie man Kapellen nennt, die auf Betriebsfeiern von Mercedes spielen? Das wisst ihr nicht, nein, das sind Bands. Und eine haben wir heute, nämlich die Diva-Simon-Band. Aber nicht nur ich, nicht nur eine Welt, sondern auch eine fantastische Funkengarde gehört zum Karneval. Herr Kapellmeister, herein mit dem Mädchen. So zählen wir zusammen, was hätten wir. Einen anständigen Moderator, eine Funkengarde. Was wählt noch? Das sind der geschehen Kabinett, sprich Elmeral. Herr Kapellmeister, herein mit dem! Herr Kapellmeister, hierin mit dem! Herr Kapellmeister! Herr Kapellmeister, hierin mit dem! Herr Kapellmeister, ich bin ein Händler für unser Drittenpaar! Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, lasst mich, lasst mich jetzt und nun und in diesem historischen Augenblick unser Prinzenbar vorstellen. Liebe Freunde, ich darf euch nun vorstellen, ihre unendliche Lieblichkeit, Prinzessin Antje. Und an ihrer holten Seite, seine absolute Tollität, Prinz Thio. Und da wir nur selten mit der Tradition brechen, liebe Freunde, nur ganz selten, eröffnet jetzt unser Prinzenbar die einabendliche Kussfreiheit, und lasst euch euer schlechtes Gewissen nachher nicht noch irgendwas konkret erzählen. Und ich will euch, ihr zählt alle mit. Und ihr limmert dem Ohr... Eins und zwei und drei und vier und fünf, sechs, 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 vier... Liebe Freunde, ich denke, dass es einen dritten kleinen Applaus werft. Applaus! Richtig anstellen. Doch Stimmung gemacht. Und dann, gleich St anne, drei und drei und fünf, sechs, 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 sechs,bir wo Cold Cup in Cina. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.